Von Erich Fried aus dem Buch Liebesgedichte, Angstgedichte, Zorngedichte Vorgelesen von Wilfried Beere Es gab Menschen, die haben Menschen den Kopf abgeschlagen, nicht aus Zorn, sondern weil das ihr Beruf war, den sie gelernt hatten. Es war kein schwerer Beruf, denn sie mussten nicht jeden Tag, ja nicht einmal jede Woche einen Kopf abschlagen, freilich manchmal gleich zwei oder drei. Aber bezahlt wurden sie regelmäßig, dafür, dass sie sich bereit hielten zum Kopf abschlagen. Und für jeden Kopf, den sie wirklich abschlugen, bekamen sie eine Zulage zu ihrer Bezahlung. Und die abgeschlagenen Köpfe waren meistens die Köpfe derer, die den Kopf geschüttelt hatten über die Zeit und auch über das Amt, Menschen den Kopf abzuschlagen. Das war die Vergangenheit, aber sie wurde bewältigt und das sah so aus. Dass zu den Menschen die Köpfe abschlugen, Menschen kamen, die ihnen sagten, sie müssten jetzt keine Köpfe mehr abschlagen, aber sie sollten deshalb nicht den Kopf hängen lassen, denn sie seien Beamte und nicht entlassen. Nur im Ruhestand mit Pension. Das war die Bewältigung der Vergangenheit und die abgeschlagenen Köpfe schüttelten nicht den Kopf, weil abgeschlagene Köpfe nicht den Kopf schütteln können. Jetzt gibt es Menschen, die keine Köpfe abschlagen, sondern helfen mit Erdarbeiten und mit Betonbauarbeiten, Häuser und Unterstände und Wachtürme bauen für fremde Menschen. Die kommen mit Apparaten, mit denen sie dann, wenn sie auf einen Knopf drücken, gleich 100.000 Menschen oder auch 200.000 mit einem Schlag töten können. Aber mit einem Schlag, das heißt nicht die Köpfe abschlagen, sondern heißt, all diese Menschen, Männer, Frauen, Kinder verbrennen oder sofort in Staub verwandeln. Oder einige Stunden oder auch einige Tage lang langsam töten. Und die, die die Anlagen bauen für diese Menschen und Apparate und auch die Menschen, die die Apparate bedienen, tun das nicht aus Zorn, sondern weil das ihr Amt ist. Und das ist die Gegenwart. Und wir haben sie nicht bewältigt. Denn es schütteln zwar manche Menschen heute den Kopf über sie, aber zu wenige, um sie zu ändern. Und bis jetzt viel zu wenige, die mehr tun, als nur den Kopf schütteln. Und bis jetzt viel zu wenige, die mehr tun, als nur den Kopf schütteln. Und bis jetzt viel zu wenige, die mehr tun, als nur den Kopf schütteln.